Heute, ich war fast ins Netz und ich war, ja, das war komisch, dann ich hab meine, die Kante, ja, das war sehr komisch und ich hab gedacht, okay, es ist fertig, ich probiere zu viel Zeit zurückzunehmen unten. Kurz, dann hab ich schnell einen Schieß gehabt und die Geschwindigkeit mitgenommen, den flacheren Teil, aber das war wirklich sehr knapp heute. Sind Sie mit so viel Speed dorthin gekommen, dass Sie die Geschwindigkeit mitnehmen konnten? Ja, ich denke, ich hab zu viel Geschwindigkeit, vielleicht hätte ich bremsen müssen, ein bisschen vorher, dass wenn ich die eisige Teil hineinkomme, dass ich besser fahren kann, aber trotzdem, das war die letzte Abfahrt von dem Wochenende und es ist wurscht, aber ja, das war knapp und kurzer Dank bin ich in Sie gekommen. Hermann Mayer hat 54 Weltkaps-Siege, den haben Sie jetzt überholt, Sie haben 55 Lindenator. Ja, das ist für mich unglaublich, also Hermann war für mich ein Vorbild, großer Vorbild, der hat so viel gemacht und seine Kräte und ich kann es nicht glauben, dass ich habe jetzt 55 Lindenator, das ist unglaublich. Stichwort große Sportler, Spitzensportler. Ich hab heute die Zeitung aufgeschlagen in der österreichischen, die Krone Zeitung und da steht Tiger Wots and Lenzy Wahn. Was ist Wadarab oder ist das alles ein Rumor, ein Gerücht? Nein, also er ist sicher ein Freund von mir und mein Bruder war ein Skilehrer für seine zwei Kinder und vielleicht, ja, jemand hat etwas gedacht wegen des, aber das ist alles. Also wir können alle beruhigt sein und die Männer können beruhigt sein. Ja, stimmt. Und Skifahren, waren Sie schon mit ihm oder noch nicht? Mit ihm nicht, mit den Kindern schon. Okay, Linze, genießt ihr noch den heutigen Tag?